hallo possums hallo ihr süßen dieses video wurde mir zur führung gestellt oder sponsert bei lego hallo possums hallo süßen wundert euch nicht dass ich jetzt hier eine neue freundin habe von lego die sieht zwar toll aus aber ich habe das jetzt nur mal hingestellt damit das licht nicht so blendet ich habe keine abdeckung für diese das fenster schräge also deswegen wundert euch nicht ich hoffe dass die kamera deswegen so ein bisschen besser von der von der licht von lichtverhältnissen her ist so jetzt haben wir es nach dem flop gestern mit der mit dem weichzeichner von michaela konrads ja wobei mir eine zuschauerin geschrieben hat dass sie genau das gleiche problem hatte also ich bin nicht allein auf der welt die den eindruck hatte und ja wie gesagt nach der enttäuschung habe ich gedacht ich probiere etwas anderes ich habe weil heute die sonne scheint und ich gehe später mit meinen jungs noch fahrrad fahren wie schon mal sonnencreme aufgetragen mit lichtschutzfaktor 50 dann habe ich noch hier von manhattan perfekt und protect multi protection uv primer mit spf 25 das ist anti pollution anti stress und skin perfecting das ist eigentlich so ein primer der einen schönen geruch hat der sich angenehm verteilen lässt eben über das ganze gesicht und mir ist das wichtig dass das jetzt nicht unbedingt um das make-up jetzt zu verlängern sondern einfach dass ich den uv schutz habe ich habe zwar jetzt wie gesagt den 50er von der sonnencreme schon drauf nichts desto trotz habe ich den auch noch draufgeklatscht das gibt ja schon genug falten dann habe ich zum ersten mal ausprobiert von toni moly und zwar ferment nail bb cream mit spf 45 jetzt haben wir wirklich einen haufen zeug drauf nur über 120 spf wobei sich das ja nicht addiert das ist ja quatsch sondern das ist halt ebenso wie es ist und zwar ist das aus der timeless collection whitening anti wrinkle und sun protect das ist aus korea und diese snail bb cream oder snail creams sollen ja nicht dass man so klitschig und schlag wie eine schnecke aussieht die extrakte sollen halt sehr gut für anti aging sein anti wrinkling diese creme sieht also hat hier so ein pumpspender es sind drin 50 milliliter was schon eine ganze menge ist die sieht hier relativ grau aus naja was heißt grau also um pink ist grau und hat diesen typischen snail ja dieses dieses nail ingredients das riecht sehr frisch ich habe den ich habe auch von dieser firma von von dieser timeless von dieser von toni moly auch einen glänzer riecht genauso brennt mir aber in den augen muss natürlich aufpassen richtig genauso es riecht sehr frisch sehr sehr blumig also nicht unangenehm und ja also ich finde die farbe eigentlichen ticken zu hell ich muss dazu sagen alles was ich mir immer auf den handrücken schmiere scheint zu oxidieren keine ahnung also die haut oder ph wert oder keine ahnung scheint bei mir hier irgendwie sehr stark zu reagieren was im gesicht nicht vorkommt gott sei dank sonst würde ich immer aussehen wie hund also von da gesehen was aber das überhaupt erkennen könnte hier mit der farbe also die farbe an sich finde ich eigentlich sehr schön ist nichtsdestotrotz habe ich mir noch ein bisschen von dem hier drunter gemacht so ein mini bisschen das war eben erst mal ganz schlimm auf dem handrücken aus auf dem gesicht hat sich das eigentlich sehr schön verteilt und das ist eben auch das was ich von so einer bb cream erwarte also das heißt sie hat eigentlich sehr schön egalisiert die farbe egalisiert hat sonnenschutz finde ich eigentlich wichtig weil gerade trage ich zum beispiel solche leichten cremes eigentlich gerne im sommer und da brauche ich eigentlich einen sonnenschutz ja und da möchte ich auch eigentlich dass das man kann das natürlich hier damit kombinieren aber wenn man schon einen drin hat dann ist das eigentlich eine ganz schöne sache wie gesagt ich habe da noch ein bisschen was drunter gemischt das hat sehr gut funktioniert es hat sich gut auftragen lassen es hat trotzdem eine deckkraft gehabt und hat sich gut verteilen lassen und ich musste hinterher nur noch ganz ganz wenig mit irgendwelchen concealer nacharbeiten um dann vielleicht noch irgendwas abzudecken aber so die 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 ungleichgewichts von den von den farben oder von den rötungen das war alles abgedeckt und das erwarte ich eigentlich von der bb dass sie cream und von da gesehen hat die einen guten job gemacht das hat mir gut gefallen ist das erste mal aufgetragen habe mal so rum und von da gesehen der erste eindruck war sehr gut und wie gesagt die koreaner die haben ja immer gerne so ein bisschen glow wobei bei der finde ich dass es nicht so nicht so arg ist also die hat die ist nicht totmatt was eigentlich sehr schön ist aber die hat nicht so einen wahnsinnigen glanz wie die meisten cushion foundation und von da gesehen denke ich mal ist die für eine mitteleuropäerin auch sehr gut geeignet es gibt aber glaube ich keine weiß gar nicht ob es da unterschiedliche farben gibt ich glaube es gibt nur die eine farbe aber wie gesagt also mit dem könnt ihr ein bisschen variieren ein bisschen spielen und ich finde es gar nicht als huder als hoodie als puder habe ich verwendet von l'oreal in factable 24 halt make-up und puder und zwar weil wie gesagt wir gehen ja noch radeln dann habe ich gedacht bevor mir die ganze suppe da irgendwie runter läuft ich habe hier die farbe mit 9 gramm drin keine ahnung was für eine farbe das ist sehr 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 schön zart hat wie gesagt so ein bisschen farbe lässt sich sehr schön verteilen hat mir gut gefallen ihr seht es ja es sieht auch nicht so wahnsinnig pudrig aus was mir auch gut gefällt hat ist eine farbe made in italy ist das na da schon her sand genau dass die farbe 160 sand beige hat also wie gesagt so etwas gelblichen ton hat mir sehr perfekt hat mir sehr gut gefallen der erste eindruck da ist unten drunter noch so ein kleines zum schönen großen spiegel ein kompartement und noch so ein schwämmchen damit mir das so einarbeiten kann also der erste eindruck war sehr schön dann habe ich weiterhin verwendet genau dieses wunderschöne baby das habe ich euch ja gezeigt bei meinem tam beauty hall ich bin alleine das packaging verliebt es ist so schön es ist so schön wunderschön dieses rosgold sieht aus wie ein kleines portemonnaie das ist ein wunderschöner großer spiegel also traumhaft schön und es sieht aus von innen drin wie charlotte tilbury oder super super schön also ich habe hier die kontur mitgefahren die kontur mitgefahren genau guck mal da also hier konturiert das hat sich sehr schön verblenden lassen die farbe finde ich sehr schön es ist maximal für leichte bis mittlere haut töne geeignet also wenn man glaube ich im sommer ein bisschen dunkler ist wird der ton wahrscheinlich zu hell sein aber nichts desto trotz finde ich einen sehr sehr schönen ton und dieses der highlight ist ein highlight also ist die farben also die textur ist sowas von cremig und buttrig toll also wirklich toll für diesen preis wunderschön die zwei farben seht ihr hier das ist richtig richtig toll wie gesagt lässt sich schön verteilen schön einarbeiten hat mir sehr sehr gut gefallen ihr seht immer noch am finger hier also das ist ein sehr sehr schöner goldener highlighter braucht ihr wirklich nicht viel um da einen richtig schönen effekt zu zaubern und ich habe dennoch ich habe alle produkte habe ich natürlich drauf und gefällt mir sehr sehr gut die farben sind schön die textur ist wie gesagt sehr cremig sehr buttrig das staubt auch nichts da pudert nichts und das döschen allein ist glaube ich das packaging allein ist schon den preis wert also zumindest für mich dann habe ich hier von kiko das ist einer meiner liebsten bronzer die ich verwende das ist von desert dunes 200 bar melange den nehme ich relativ oft obwohl er eigentlich relativ rastischig ist so hier nochmal in die in die in die also er sieht relativ orange aus aber ich finde auf der haut gibt sich das also da sieht er nicht ganz so orange aus einen schönen warmen unterton und also ich sehe jetzt auch nicht aus wie ein umpa loompa lässt sich schön verteilen und er riecht naja so ein bisschen nach vanille karamell mit ein bisschen chemie so als rouge habe ich heute den klassiker und zwar von milani das luminoso wurde ja weltbekannt durch nikki tutorials als sie den getragen hat und schier ausgeflippt ist und es ist auch einfach ein wunder wunder wunderschöner ton es kommt jetzt leider hier in der kamera nicht so raus es ist einfach ein wunderschönes peach mit einem ganz zarten goldenen schienen ein traum also das ist so ein das ist so ein bruch was jeder frau steht und was halt eben wie gesagt keine groben glitzer partikel hat sondern wunder wunderschönen glow gibt und jedes jedes make up aufwertet also das kann man mit dem kann man eigentlich nichts verkehrt machen der hat hier auch so ein kleines spiegelchen mit drin eigentlich ist hier noch so ein kleines bürstchen oder so ein pinselchen mit drin keine ahnung wo das abgeblieben ist aber also die alle russ von milani kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen wunder wunderbar ganz toll großartig habe ich das erste mal probiert und zwar hier von kiko so ein kleines kot das ist sehr schön so in naturfarben hat sehr schöne pigmentierung die hellenfarben sieht man natürlich jetzt schlecht hier auf dem arm aber die farbabgabe ist sehr schön sie lassen sich auch schön verblenden weil ich habe die hier kombiniert und zwar mit dem ganz berühmten trio von wet and wild und zwar ist das walking on eggshells dieses walking on eggshells soll halt eben tolle dupe farben haben vor allen dingen halt die haben halt immer so eyelid crease and brow bone und diese diese farbe hier also ein soll irgendwie stila kitten und bla 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 hinnene sein aber nichts desto trotz sind die farben wunder wunderschön die sind jetzt hier in der kamera leider kommt das alles nicht so rüber das ist ein wunderschönes ach so ein so ein so ein rosa wunderschön diese farbe so ein bisschen erkennen könnt hier die da das ist ein zartes rosa und das andere für den das ist halt so elfenbein farben und auch das braun hat so einen leichten schienen deswegen habe ich es halt eben mit diesen hier zusammen kombiniert und ich trage das halt eben auch auf den augen lidern also ist eine wunder 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 wunderschöne farbe ach da geht einem das herz auf das ist das perfekte nude rosa also ohne kitschig zu sein also nicht so ein baby rosa sondern so ein erwachsenes frauen nude rosa einfach toll toll also die farbe ist grandios solltet ihr wenn ihr die möglichkeit habt euch das zu kaufen ich habe das gekauft bei kosmetik vorlesen also in deutschland die hatten da mal irgendwie sogar angebote bestell zwei krieg das dritte umsonsten und dann schlag ich ja immer zu bei solchen sachen da habe ich mir irgendwie alle trios und alle quads oder was sie da hatten irgendwie gekauft also wenn ihr die möglichkeit habt euch das zu kaufen walken excels wunderschön wunderschön und wie gesagt es ist es ist eine erwachsene farbe es ist keine so eine kitsch baby farbe die könnt ihr tragen bis ihr 80 seid sehr geil und wie gesagt die beiden zusammen eine sehr schöne kombination also es hat richtig spaß gemacht das augenblick abzuschminken so und was ich dann für die lippen verwendet habe ist diese kombination und zwar ist es von trend it up contour and glide lipliner und zwar ist es die farbe 430 ihr wisst ja dass ich ein großer fan bin von den trend it up lipliner die sind einfach toll die lassen wisst ihr dass ich ein großer zellen bin von diesen trend it up lipliner und die kann man die sind sehr schön cremig haben eine wunderbare konsistenz lassen sich prima auftragen aber ohne dass ich sofort wieder verschmieren oder halt eben sich absetzen oder zu sehr die lippen austrocknen und kosten nicht viel preis leistungsverhältnis ist bombe haben eine großartige farbauswahl passend zu allen lippenstiften die die haben und sie lassen sich raus drehen ganz toll der star of the show beziehungsweise mein aller allerliebstes produkt heute neben den lidschatten ist diese kleine maus hier also toll das ist von lancome ein so genannte juicy weißt du das juicy shaker da sieht auch aus so ein kleiner cocktail shaker das ist die farbe 270 hier ist die farbe drin und da ist so ein kleines spongy hier das wird halt ebenso auf den lippen aufgetupft einzige mini mini nachteil davon ist dass man natürlich mit diesem applikator nicht so exakten den lippen kontur nach malen kann deswegen halt meine empfehlung da ein lipliner zu nehmen wie gesagt die farbe hier 430 passt sehr schön zu der zu der farbe hier und das ist eine matte farbe und die die textur von diesem kleinen racker die ist einfach großartig also die farbe sieht toll aus es trocknet nicht aus es trocknet sehr schnell an die lippen bleiben toll es hält lange es super also das ist der beste liquid lipstick den ich jemals probiert habe da kommt nichts mit das ist eine super super textur kann ich euch nur empfehlen großartig richtig richtig großartig das trägt sich wunderbar man hat das gefühl man hat nichts auf den lippen obwohl es wunderbar aussieht also da werde ich mir sicherlich vielleicht noch ein oder zwei kaufen wir sind schon sehr teuer 24 euro für so ein ding ist schon eine menge geld aber die textur ist richtig richtig schön großartig und ich habe bisher nichts vergleichbares außer vielleicht so in richtung der libt ins korea aber ansonsten große große empfehlung ach was ich vergessen habe was ich auch ausprobiert habe und was mich auch sehr begeistert hat ist diese lech sensational voller wimpern fächer von maybellin da schwärmen ja auch sehr viele davon und zurecht ganz ehrlich zurecht ich habe die jetzt das erste mal ausprobiert ich habe die ja schon länger da liegen die hat so ein bürstchen was unten sehr kurze borsten hat und oben eben diese diese spiky und ich bin jetzt das erste mal hier mit den kurzen hier und habe da schön die farbe aufgetragen und mit diesen spiky die sind so wunderbar kann man die wimpern richtig gut trennen es wird schön schwarz es gibt keine klumpen die wimpern sehen toll aus also ich habe die auch unten getuscht ich habe heute nur eine einzige wimperntusche verwendet sonst habe ich mindestens zwei oder sogar drei heute nur eine also der erste eindruck sensationell also wirklich lash sensational also toll wie gesagt erster eindruck dann habe ich mit zum schluss noch hier von von freedom make up das studio fixingspray drauf gemacht das finde ich auch ganz gut ist zwar ein bisschen grob so vom aufsprühen her aber macht seinen job und fixiert gut ja es wird glaube ich so um die sieben euro und es sind drin 100 milliliter also von da gesehen kein schlechtes preis leistungsverhältnis so das waren meine schätze die ich euch heute vorstellen wollte also wie gesagt große liebe die hier das fand ich toll das fand ich toll das fand ich toll das fand ich toll das finde ich auch schön und das war auch nicht schlecht also heute mal alles produkte die mir echt gut gefallen haben ja so kann es ja auch mal gehen also in diesem sinne ich hoffe es hat euch ein bisschen spaß gemacht und schreibt mir mal wenn ihr die produkte habt was ihr davon haltet und freue mich aufs nächste mal bleibt gesund tschüss bis bald bis bald bis bald bis bald bis bald Untertitelung des ZDF, 2020